hallo meine freunde ich begrüße euch zum spiel der deutschen in der gruppe d bayern münchen gegen zsk moskau und andy ist wieder dabei der ein bisschen ungeduldig ist und er hat diesmal gewonnen in scherestand papier und darf mit den bayern ran ich freue mich nicht auch wenn ich hoffe dass bayern gewinnt will ich es andy doch so schwer wie möglich machen und gleich ziehst du mich 6 6 0 ab ich ahne schon ja ich hab du mir ja vorne drin also und ich hab mein zug vor dem drehen jetzt muss ich auch anders spielen muss ich defensiv spielen andy kleiner fail ach stimmt ja martinez ja gleich dante face hinterher das ist jetzt die möglichkeit und der kopf da passenball jetzt fällt anderen auf der bank hab gell du musst eigentlich nur schweinsteiger im defensiven mittelfeld haben ja sie ist gerade auch ja ich kann bitte groß und müller zom ja kurzeinsatz boah ich freue mich schon so auf fifa fit sind ja wir sind ja schon am web app sucht ja also andy auf jeden fall ich bin noch nichts losgeworden ich hab noch kein geld sonst will ich auch einkaufen aber ich hab schon mal ein chemistry style gezogen das war schon mal vorteilhaft nee was hattest du scharfschütze oder zieler den hab ich auch gleich reingepönest verordentlich viel geld ich glaube 3k sofort kauf das kauft die am anderen keine ab weil die halt andere kein geld haben weil man nicht selbst spielen kann ja dann hab ich ja doch glück ich bin ja der meister des reinkoilens gut abgefangen hat er da nein gott oh nein oh nein da rollt die welle über die rechte seite nein über alaba nein jetzt ist die abwehr zur stelle ach mist los von der pace das ist nicht weiter ja eigentlich müsste ich auf die seite ja riverie oh gott robben der käseroller ja ja oh gott mist ja jedem spiel ecker ich mich jetzt aber ich würde mich freuen wenn dante ein tor macht aber den kannst du aber ja auch haben Akin Faev das ist nur ich bin der wächter oh gott jetzt geht das los ey nein nein boah nix jetzt kämpfen sie um den wach klasse wie er die situation vorausgast hat nein alter hast du irgendwie hohe offensiv oder was ja du hast ja du machst definitiv okay 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 alter oh gott nein nein da ist ein schöner Konter drin der sah gar nicht schlecht aus im ansatz der Konter aber jetzt ist es vorbei nein wo passt ihr hin oh scheiben klar ist dann nein und so bereinigt man eine solche Situation mhm 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 lass mich in Ruhe lass mich in Ruhe mhm 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 Nein, 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 der war zu... So Dinger, das gibt's mir überhaupt nicht. Der war zu weit, scheiße, freck. Oh Gott, die Russen sind ja so premium. Wir sind nie in die Champions League gekommen. Nein, 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 nein. Wow, der... Oh Gott, wollte ich passen. Ja. Ja, auch was auch klinistisch. Ja, aber es ist auch kein 4-Helf drin. Beste russische Keeper. Der 1,80, Mann. Nein. Wow, Dumbia, du hast ja eine... Ah, nee, Sochagayev. Oh, 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 oh. Nix. Dumbia, lauf doch weiter. Nein, da lauf ich noch in dich rein, ey, das gibt's nicht. Tja, da scheint keiner vorbeizukommen. Hm, fötter so eine Kackstelz aus. Was, ich bin grad durch dich durchgerätscht? Der ist endlich vorbeigeknallt. Danke. Ich bin eigentlich durch dich durchgerätscht. Ah, Mist. Scheiße, Müller. Nein. Prost. Ja, jaja. Was? Das haben wir nicht gesehen. Alter, flank doch. Kann der schon. Doch! Nein! Da! Nein! Warum den? Der sollte andersherum Ah, super! Ich glaube, ich werde wieder verlieren Herr Kohl, du weißt, was ich bin Ah Gott Kleine Ranz-Fu-Fu Nein, der Ja, die beste Ranz-Fu-Fu Nein! Ah, so ein Geschieß Der wird jetzt vom Neue rausgesprintet Datensicher Bauten vorher, auf den Zughitsch Ja, der verliert ihn Nein! 94 Pacers Ja Hätte ich immer mit Dumbia schießen sollen Der hätte es besser gekriegt Ja, geil, ja! Alter, rot Das geht rot Ah, komm schon Ja, Notbremse Ganz bitter für Spiel Jetzt muss ich jetzt mal gucken Habe ich überhaupt irgendeinen Der Elf mit erschießen können? Ja, guck mal Also Andi, das war unnötig Das war nur Chagaev Der ist jetzt nicht soo Der Goalgetter Ja, super Du hast es geahen, ne? Obwohl, doch Der kann es Ja Ja! Andrei Chagaev heißt er glaube ich Keine Ahnung, wie der Vornamen heißt Erstmal hinten Warte Warte Jetzt musst du von Beuten reinholen Warte, super darfst du nicht Nö Deswegen habe ich dir ja gesagt Hol die Kirchhoff Nö, den brauche ich nicht Jetzt ist alles kalt Von Beuten rein Oh Gott Mann, Zugitsch, Alter Okay Jetzt bin ich halt 4-1-4 Oh Gott Ja, aber Hast du das mit Absicht gemacht? Das Foul, oder? Ja, ich war langweilig Ich wollte grätschen Oh Gott, Andi Die Entscheidung, ich persönlich finde Vertretbar aber Von Beuten macht eh ein Tor Guck, der kommt ja schon angerollt Ja? Nein! Alter, aber Von Beuten macht kein Tor Pfff Andi, jetzt nicht aufs Zeitspiel Es ist doch ein Torhüter Er kann es Nein! Oh Gott Ne, der Käseroller Spielst du jetzt auf Defensive, oder? Nö Lauf, lof, 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 lof Jetzt könnte er es gefährlich Das ist auch nicht richtig Was? Ball von deiner Hälfte vor Da regst du dich immer drüber auf Ich weiß es selbst Ja, jetzt muss ich das machen Ich will nicht verlieren Und du punkerst scheinbar Ich habe gar nichts eingestellt Nicht so wie du defensiv und konnte Ja, mit dem Team was ich das Nein Da oben war einer Hab ich gar nicht gesehen, er hatte Stealthbombe Frechheit Oh nein Nein Gehen da Ja, Jump Er nimmt die Kugel ganz cool ein Nein Habe ich doch Nein Wo warst denn du hin? Er kriegt's hinten ne Kurve zu flanken, ja Na toll, Vorteil Ja, jetzt fack dein Vorteil ab wie geschollt ist Was hast du denn bitte? Was ist noch den Ball? Ja, weil durch Umwege Nein Und schon kriegt er den Ball Ein gutes Stellungsspiel Ja, so kann es weitergehen Nein, da schiesse ich mich selber an Oh, pfu Hat er den Ballotelli gemacht Wo war er mit den Gedanken? Schon in der dritten Halbzeit? Oh Gott Nein Umholzen Nein Nein Standard-Robben kennen wir schon Alter Nein Ich krieg das nicht hin Und der kommt genau an Nein Oh Mann Gegen Christopher klappt das meistens Lässt sich bei der Ballannahme nicht beirren Nein Warum ist denn der von Jesus Das würde ich gerne nochmal sehen Von Beuten um Traben schneller? Geht aber nicht Fechert Andi Das war sein Traben, das war sein Sprint Okay Nein Ja Fick dich Fick dich Alter Nein Ach Schweine Platz im Dix War nix Ja Ja Das könnte was werden Jetzt sieht er Oh Der war ekelig Dass der so schießen kann, wusste ich gar nicht Den hätten wir ja eventuell auch haben können 2 zu 2 Ja Die rote Karte hat dir doch geschadet Ach scheiß doch drauf Nein Lauf Nein Jo nein, jetzt kommt der Konter Es gibt Freistoß, so steht es in den Regeln Achso, okay Äh Äh Nein Da ist er wieder, der Spezialist für die Reiche Da ist er wieder, der Spezialist für die Reiche Nein Gott Wollte ja auch mal versuchen Welche gewinnen kann das wohl besser? Nein Oh nein Nein Oh Gott Ja, der Pass kommt an Oh Gott Wollte ja auch mal versuchen Welche gewinnen kann das wohl besser? Nein Oh nein Oh Gott Oh nein Freistoß Auf die Linie pimmeln Auf die Linie pimmeln Und fortschieten Fortschieten Wähh Europa Europas Fußballer des Jahres Wähh Fetum Lass mich mischen Ab den gesehen Perfekt, der geht sogar Und der Spieler guckt noch doof Alter, Gelb? Wollte ich euch grad mal sagen. Bayern wieder vorne. Das sind die Bayern. Nein, da soll der doch gar nicht hin. Nein. 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 Wir gehen aber ein bisschen weiter neben. Jetzt gibt's Gelb. Ja, tutelö, Elm. Juckt sie mich nicht. Nein. Wo ist denn da keiner? Nein. Nichts. Oh nein, nicht schon wieder in der Lager. Nein. Ich muss mich verändern. Ich muss mich verändern. Wo müssen wir nach vorne gehen? Da läuft er. Da läuft er. Lauf, lauf, lauf. Lauf, lauf, lauf. Hauptsatz? Ach nöchen. Nein. Nein. Alter. Bist du durchgescheatet? Gott sei Dank. Er kann auf den Hammer raus. Jetzt kommt... Nein, warum ist denn da keiner? Oh Gott, nein. Oh Gott, nein. Mann, ich muss doch eine Überzahl gewinnen. Komm, oder wenigstens eine Unentschieden schaffen. Nein. Doch. Und jetzt die Chance zu einem wichtigen Konter. Nein. Alter. Was? Wie? Nur Freistoß? Wirklich? Ah, scheiße. Oh Gott, der ist aber so gut. Ja, natürlich doof. Cool. Bin ich jetzt Elm? Nein. 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 Nein, das gibt's nicht. Oh Mann. Nein. Ah. Gott. Elm, den musst du machen. Das sieht gut aus. Sauber geklebt. Nein. Hm. Los Leute. Nix mehr. Ja, saufst du nur schnell. Ja? Ja? Das ist eine gute Position. Nein. Nein, wo passt du hin? Ich darf wahrscheinlich über den Haufen rennen. Oh Gott. Ja, das ist zu weit weg. Nein. 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 Knapp verloren. Ärgerlich. Ich bin auch noch mal gut zurückgekommen. Ja, nur so ein Scheißdinger. Ja, ja. Jetzt hast du... Nur mit einer 94. Er ist hoch und zu Tore machen. Ja, vor allem ist die dabei, ne? Der Jagayev, der ist ja so 94. Also mal eine 8, eine 1, wenn das 94 sind. Und dann... Ja. Der neue Aschavin ist ja Jagayev. Also der ist nicht... Auf den müssen die Bayern wirklich aufpassen. Aber sonst... Glaube ich... Wird Bayern gewinnen. Aber ich glaube, die werden keine 2.000 Euro gehen. Vielleicht 1. Wenn es hochkommt. Ich schätze aber ja mal... Bayern gewinnt. 3-0 aus. Mann, das wollte ich gerade sagen. Haha. Dann sage ich... Lege ich mir mal weitaus mitzter Bayern gewinnen. 4-0. Schreibt mal unter das Video, was ihr meint, wie das Spiel ausgeht. Vielleicht haben wir es ja richtig cool, Raku. Und es geht ja wirklich 3-2 aus. Wer weiß es. Ich bedanke mich wieder bei Andi. Gut, Fimler. Alles gut. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Verabschiede mich bei Andi. Verabschiede mich bei euch. Nicht vergessen. Immer schön unsportlich bleiben. Reingehauen. Wiederschauen. Tschau sind's.